Links da den Berg hoch, da den Berg hoch. Den Berg hoch, Berg hoch. Ja, ich komme gerade aus dividend. Ja ja ja, genau links links links. Ja ja ja, Connect viel. Hier sei sehrüss ich sehen die NES von debernerem. War jetzt nächstes Mal ? Links Vader ! Da ! Da ! Da ! HARZE sich in den Nächsten! Warte Stopp ! Rechts , Rechts ! Ja da da Seite gibt es noch Law 분�gado. Nichts Anti, rechts ! Nein, 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 der fährt vorbei, der fährt vorbei. Den Weg folgen. Oh Gott. Folg einfach mal dem Weg, genau. Bleib einfach mal auf dem Weg drauf jetzt hier und dann, genau, hier einmal rum, rechts rum, komplett rum, 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 rum. Bleib einfach auf dem Weg. Bleib einfach auf dem Weg, Klang, Kaspar. Gott. Der Kerl ist nicht verständig. Ja, weil er hört, er hört mich ja im Streamen, nur das ist ja das Problem. Ach so, stimmt, stimmt. Ach so, da ist gemein, aber es ist nicht. Ja, bis wir den zweiten Chip-Pot erstmal hatten. Bleib einfach am Weg drauf. So, beim Abfahren, rechts. Talak. Stimmt. Geradeaus. Ja, wir haben Schweine. Auf der Straße. Na ja. Auf der Straße bleiben. Ich zeige ihn immer mit dem Mittelfinger, wo wir hin müssen. Check out, äh, streamen. Ich zeige ihn immer mit dem Mittelfinger, wo ich hinfahren soll. Sind im Ziel. Das ist zu spät. Beifahrerkarriere, du hast eigentlich doch viel erhalten. Macht nichts, die zwei, die haben genug EP. Ja. Das ist aber auch, wie ich gerade die Richtung zeige. Ne, ich bleib mal flex. Und Eigenwerbung, das gibt hier gar nicht, ja. Wo ist er denn? Wer macht die Eigenwerbung? Da gibt es erstmal, da gibt es, da gibt es erstmal einen schönen Timeout, ja. So. Achso, ich habe jetzt Schleimmann verpasst, aber so. Schlimmes, böses, ja. Ne. Jetzt kommt AK-47. So, Prost zusammen. Was macht ihr denn da? Ich, ähm... Müflex, bewerben. Ich enthalte mich meiner Stimme. Nach dieser grandiösen Darbietung von Tanzen machen wir jetzt einfach mal Happy Hour für Hipsten. Und dann mache ich nämlich jetzt, während wir da... Was denn? Wie, das kann ich nicht mehr schalten. Weiß ich nicht. Und während wir da jetzt warten, werde ich mal die Party neu starten und werde euch dann nochmal neu einladen, ja? Jo. So. Oh, ii. So, Party erstellen. So, liebe Leute, dann schauen wir nochmal eben jetzt hier ganz schnell, dass ich eine neue Party aufmache. So, online. Einladen. 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 So. Und dann geht's sofort wieder weiter. Kleinen Moment. Das geht mich fix. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Äh... Ach du Scheiße. Ein Wunderschön! Hallo! Ja gut, vielleicht war die Party schon so lange, äh, 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 on ist. Das kann natürlich sein. Aber die anderen kamen auch rein. Komisch. Weiß ich nicht. Was ist... Was ist denn jetzt hier? Ja, es war jetzt die einst... War jetzt die einsteste Möglichkeit. Über 30 Zuschauer und kaum wer schreibt, ja. Ähm... Consumer ist noch im... Consumer? Also... Äh, was nehme ich denn? Oh ja, das passt gut zu, äh... Hey, Pink war doch auch, ne? Moment. Oder ein helllila. Ja, ich nehme, glaube ich, helllada pink. Heißes Pink. Ja. So. Und dann nehme ich natürlich hier, dass das passt doch zu unserer, zu unserer Socke. Nach dem Rennen werde ich... Ja, irgendwie schon. Wir, wir, wir sind... Ich fühle mich so ein bisschen als Außenseiter, wenn ich hier so stehe. Warum guckt ihr mich alle an? Ich bin doch nur eine Socke. Eine rote Socke. Hallo. Ich schmatze gerade. Ich schmatze gerade. Ist okay. Huch. Was war... Consumer steht irgendwie in mir drin. Ich habe keine Ahnung. Ich, äh... Ih, das klang falsch. Ich meine, er steht neben mir. Hey. Äh... Ich darf losfahren? Warum? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh... Wieso habe ich denn Vorsprung? Wie geil, ich habe Vorsprung. Hä? Jawohl. Die Socke hat Vorsprung. Uhuhu. Mach's gut, ihr Trottel. Uhuhu. Die Socke hat Vorsprung. Was ist das denn für ein Rennen? Wow. Kann man hier hauen, oder was? Ach, Tatsache. Ne, Mittelfinger kann ich zeigen. Juhu. So. La, 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 la. Die Socke gewinnt. Ronald McDonald, die Socke. Die gewinnt. Ihr werdet sehen. Neun von dreißig Checkpoints. Ah je. Wieso habe ich denn... Die Frage ist doch gerade, warum sehe ich denn keine Platzierung und seht ihr keine Checkpoints oder was? Oder doch? Oder wie? Hä? Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass ich die ersten Checkpoints nur sehe. Weil, hä? Irgendwie ist das komisch. Äh! Oh. Oh ja. Ich hatte es gerade auch rausgehauen. Bei der großen Kurve hier. Allah! Boah! Was war das? Was? Hallo? Was war denn das? Die Hau, die... Die Socke schmollt jetzt. Die Hau, die Socke einfach raus. Ich mag nicht mehr. Happy Aura für Hipster. Juhu. Jetzt weiß ich auch, warum das so heißt. Die hauen mich einfach... Die hauen mich einfach raus. Freunde, es sind immer noch 10 Checkpoints. Oh, Flixi, nehm den Keks. Oh ja, nehm ich gerne. Danke. Oh. Entschuldigung. 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 Das war nicht gefurrt. Ich hab dich nie... Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab keinen Rückspiegel an meinem Motorrad. Auto wäre das... Ja. Das, äh... Das ist doof gelaufen. Ja. Ich bin auch letzter. Was soll ich machen? Aber nicht... Aber... Aber nicht ganz letzter. Ja. Du hast einen Keks genommen. Da kannst du nicht auf ein... Was? Auf andere achten. Genau. Ich hab keinen Keks genommen. Da kann ich nicht auf andere achten. Ne, letzter ist, glaube ich, äh, äh... Konsuma, weil der fährt nämlich, glaube ich, gerade. Konsuma steht... Steht nämlich immer noch am Start. Ja. Jungs, ich komme wieder. Die Socke kommt wieder. Wahoo. Ich hab auch langsam sein Motorrad genommen, was es überhaupt auf der Welt gibt, glaube ich. Dej. Hätte ich auch... Hätte ich auch eigentlich, äh... Direkt ein Dreirad nehmen können. Das wäre, glaube ich, schneller gewesen. Was? Was macht da gerade ein UFO in dem Hausdach beim Rennen? Wie ein UFO beim Hausdach? Wo? Lenkt mich doch nicht ab. Ich, äh... Ich kann mich nicht konzentrieren. Lalalala. Ja, das kann ich. Das kann ich. Kleine Mädchen schlagen kann ich immer. So. Ich bin Ronald. Die Socke. Die macht alles. Die macht alles für Geld. So. Hui. Hey, ich werde nicht verletzter. Konsum hat das Spiel verlassen. Was? Hey, geh weg. Boah. Oho. Da ist gerade einer vom Moped geflogen. Vielleicht kriegst du den ja noch. Der hat einfach mal die Leitplanke, glaube ich, mitgenommen oder was das war. Da war wirklich eins. In einem Hochhaus. Kurz nach der Dome gucke. Ich habe noch zwei Checkpoints. Ich habe noch zwei Checkpoints. und muss das Geld einzahlen, was wir jetzt gesammelt haben. Bisschen her. Das ist auch ordentlich. Das ist ein Sümmchen, was wir haben. So. So, freier Modus. Ja. So. Ich schaue mal eben, wer alles da ist. Was haben wir denn da? Brauen, Kuh, es ist da. Konsuma ist da. Lusy ist da. Anima ist da. Black Soul ist da. Roter Panzer 21 ist da. Fbima. Fbima, Alexian ist da. Stone ist da. Angel Rock ist da. Der Durr, äh, der Dorf Lurch. Ach ne, der Furchen Lurch. Entschuldigung, der Furchen Lurch, der Dorf Lurch. Ich habe jetzt schon gesagt. Zunächst ist da. Lurikabkeak ist da. Games 070 ist da. Niki Tendo ist da. Christian Sitz. Christian Sitz, ja, ist da. Greg Six ist da. Willa Chen Young und Manu, Manu, Manus Harakiri ist da. Willkommen zum Let's Play Live Show. Und ja, Ähm, Es geht halt immer noch richtig. Es ist immer noch der Stream von gestern. Beziehungsweise haben wir nur das Spiel gewechselt. Herrliches Wetter. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Auf mein Bett. So. Ja. 20 Uhr. Sofort. Geht sofort hier nach, äh, bei der Kamera. Geht sofort so eine Rolle runter. Und dann. Ja. Wer ich? Ja, ich glaube, er weniger. Ich glaube, er so um die Mittagszeit wird das wohl er doch dann sein. Das ist, sag ich mal so 14. Ja, ja. Ich würde er sagen, 14, 15 Uhr wird es wohl er sein. Muschi ist für Mann. Was? Manna? Muschi ist für Manna? Was? Was? Musch schnell frühstücken. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, ich werde mir mal eben kurz einen Kaffee holen. Das dauert ja sowieso mit dem Ladebildschirm gerade. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann bin ich wieder. Oh Gott. Mal ganz schnell hier gilt ein Zahlen. Mal sonst ist es nämlich gleich futsch alles. 36.000. Okay. Okay. Das heißt. Achso, okay. Die ist also schon rausgenommen vom Stream dann. Sicher? Ganz sicher? Okay. Okay. Ich mache mal die Musik an. Moment, ich schau mal. Das wusste ich gar nicht. So, Audio. So, jetzt habe ich mal die Musik. Jetzt habe ich mal die Musik angemacht. Jetzt gleich mal neu starten. Vielleicht was? Ich möchte... Wer ist er denn hier, der neben mir steht? Guck mal hier. Ich bin die Socke. Soll ich dir mal zeigen? Soll ich dir mal zeigen, was die Socke kann? Guck mal, die Socke kann das. Das kann die Socke. Das kann die Socke. Das kann die Socke. Siehst du? Das kann die Socke. Das... Ja, 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 ja. Ich bin da schon weg. Alter. Achso, Stefan ist das. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, wir stehen da neben mir. Entschuldigung. Gar nicht gesehen. Tut mir leid mit dem Auto. ich prügel auf das auto ich denke welcher welcher ochse steht denn da gott tschuldigung ja ja bis morgen schnee geben so aus morgen stehen geben weil sie dich keine ahnung ich hab da und wer ist denn jetzt alles ist jetzt alles hier eine lobby oder wer es ja hört ihr jetzt die musik im stream oder nicht ok geil ja danke für den tipp job starten war das nicht genau job liste so ne du bist in dem meiner in unserer sitzung bist du hat das spiel verlassen was bist du alle haben sie jetzt das spiel verlassen was bei mir steht das alarmisch ja ich war gerade hell was wie bis jetzt keine musik zu hören ja ich bin gerade hier job 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 wollte ich starten ja will ich starten ok ja moment 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 muss eben kurze ganz schnell geschlossen machen partymitglieder so einladen post got my gun stings got my gun stings got my gun stings speak German, a little bit English, but my English is not very good, my German is not much better, der Spruch ist so, ich glaube der wird Kult, das ist, wenn das nicht jetzt schon ist, so, ich bin voll gar nicht irgendwie auf Outlast, ich weiß nicht warum, so, Speed man, hab ich das hinbekommen, in dem Zustand, ah guck mal an, der Cola habe ich schon gekillt, Pepsi ist schon weg, äh, ja, gegessen habe ich schon, ähm, was habe ich noch gemacht, eine Banane habe ich gegessen übrigens zwischendurch mal und ein paar Fikadillen und, ja, Kaffee getrunken, Energy ein bisschen getrunken, bitte sprechen langsamer, ich spreche langsamer, wie heißt er denn, the Virgin's Bride, the Virgin's Bride, hallo, willkommen im Stream, ich habe dich eingeladen, hier steht bei mir Meff-Brötchen, 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 hast du schon mal Meff-Brötchen gegessen? Ja, lecker, mit Zwiel, ne, Meff nicht, aber Meff-Brötchen, Meff-Brötchen, Meff-Brötchen steht hier, was sagt, bitte was? Okay, tritt bei, äh, was sagt Gizmo, Gizmo ist am Schlafen, den habe ich übrigens gerade schon gefüttert, ja, während ich gerade Pause hatte, weil ich muss mich ja um ihn auch kümmern, ich kann ihn ja nicht hier einfach vergaulassen, 24 Stunden, ne? Der war zwischendurch übrigens auch im Stream zu sehen, äh, um, wie viel Uhr war das denn? Boah, wie viel Uhr war das gewesen? Das war noch mal Resident Evil noch gewesen, 2, 3 Uhr, 2, 3 Uhr und so um den Dreh, sprang Gizmo auf einmal hier plötzlich auf den Tisch und dann hatte ich meinen, den Schwanz im Bild, seinen Schwanz im Bild, äh, ne, das klingt, das klingt falsch, vergiss das, was ich gesagt habe. Oder die Jungfrauenbraut, die Jungfrauenbraut, Darling, when I get married, Wie hat er noch mal gesungen? Es ist The Virgin's Bride. The Virgin's Bride ist, äh, äh, die Jungfrauenbraut. Achso. Der lernt Deutsch gerade, äh, also nicht jetzt gerade, sondern generell. Echt, habe ich gar nicht gesehen. When I look the boy, my mother, all do sin to me. Was geht schon los? Stiel das Boot, äh, das Boot, das Boot. Ja, gerne, hier. Okay. Könnte man fährt alleine. Könnte man einen Wegpunkt setzen? Ja, super. Ja. Und ich habe meine eigene Audi hier, ich würde es nämlich nicht stehen lassen. Also, ja gut, in der Mission ist es eh, eh eigentlich, eigentlich Wurst. Scheiße, der Mom aus dem Weg. Lol, alles weiß draußen. Ja, bei uns, wie gesagt, hat es ja von Freitag auf, äh, Samstag geschneit. Ordentlich. Pass auf, äh, ich habe immer. When I was a boy, my mother, all do sin to me. Get married. Na, 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 na. Ich habe Hunger. Ja, Lorie, da musst du dir was machen. Ich, äh, ich habe auch gut gegessen. Es war schön um vier Uhr morgens die schönen Frikadellen zwischen die Kiemen geschoben. Sehr geil. Und eine knackige Bockwurst. Uah. Und zwischendurch, genau, und, ja, eine. Ich habe noch zwei übrig. Und, äh, ich habe noch, ich habe noch zwei Cheeseburger noch im Kühlschrank. Dann habe ich noch ein paar Nudeln mit Käse überbacken. Auch noch im Kühlschrank. Dann habe ich noch, äh, ja gut, zwischendurch habe ich noch eine Banane gegessen. Wie gesagt. Ich habe noch Sommerrechen drauf. Okay. Okay. Hör auf, du machst mir noch mehr Hunger. Ja, Entschuldigung, Lorie. Lorie bekommt noch Hunger. Ich auch. Gott sei Dank habe ich nie zugehört. Was macht der hier? Gut, gut vorbereitete Flex. Ja, der eine, der war da so ein bisschen, so ein bisschen nervös. Hey, ich mache Licht aus, dann sieht ich, Konsum habe ich nicht. Uah, uah. Huch. Tja, das wollte ich drauf. Safety first. Das stimmt. Ich finde meine Hubel so geil. Düt, 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 düt. Also, ich bin es nicht. Ich habe gerade geschossen. Nein, kein Leitungswasser. Möchte ich nicht. Ich möchte kein Leitungswasser. Nein. Uah. Wieso haben wir eigentlich den Hubschrauber genommen? Wie den Hubschrauber? Was für den Hubschrauber? Nein, wir sind doch hingeflogen. Hätten wir machen können. Stimmt. Ist jetzt egal. Ich fahre auch gerne Auto in Spiel. Macht mehr Laune. Oder mit dem Lasser hinfahren zusammen. Wieder ein. Wieder da, hi Lucy. Ja, siehste, da hätte ich doch mal die Limousine nehmen können. So. Ja, stimmt, siehste. Hättest du tun können. Kran, oh, lecker Kranenberger. Scheiße, ich bin mit dem Auto festgehangen. Guck mal, wo ich stecke, Mädels. Ja, also. Lass mich mal bitte mitnehmen. Okay. Ja, das dauert noch ein bisschen, wenn wir da sind. Ich liebe Silence hat sich gerade. Da lacht gerade. Oh. Guck mal, wo ich hänge. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, ja, mach's gut, ciao. Ja, wir sind ja hier. Mann, die Socke ist wieder da. Wo ist er denn? Was ist denn jetzt passiert? Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Da hinten steht er da, oder? Ich kriege ich nicht. Ich glaube, ich bin gerade rausgeflogen. Wer ist denn hier? Wieso, wieso, wieso ist es Stefan nicht? Äh. Was, 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 was machen, was machen denn hier gerade die? Äh. Äh. Okay. Pizza ist sehr gut, ja. Oh. So, ich musste kurz niesen, Entschuldigung. So, danke. Ich glaube schon. 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 Vielen Dank.